Das muss man nicht verlieren. Aber ich wollte das eben gern live streamen. Ja, das war ein Prompt, das ist live streamt. Es sagt es oben, aber oh ja, hier kommt es auch an, das ist gut. Da müssten wir also jetzt praktisch auf der Seite live sein, auf der Online-Salon-Seite. Mag da mal jemand von euch kurz nachgucken? Vielleicht Marie-Ros, du weißt, wie man da am besten hinkommt. Das wäre spannend, ob das jetzt geklappt hat. Na, jedenfalls sind wir die Frauen am virtuellen Brunnen. Hallo Anna, auch da. Schön. Und wir wollen heute über die wichtigen Meilensteine in unserem Leben sprechen, die uns zu dem gemacht haben, wo wir jetzt sind. Wir haben auf Englisch schon mal drüber gesprochen, wo Monja auch dabei war. Aber ich nehme an, das wird jetzt sicher ganz anders werden. Marie-Ros, auf der Seite von den Online-Integralen Online-Salons in der Gruppe, die wir eingerichtet haben, wo du ja auch dabei bist. Gucken wir mal, ob es dahin strebt. Wäre ja toll, wenn wir die Technik da auch geschafft haben. Und wenn nicht, macht es auch nichts. Jetzt gehen wir einfach mal in unsere normale Vorgehensweise, dass wir erst mal ein Check-in machen, wo wir gerade sind und wie wir hier ankommen. Wie gesagt, ihr habt es ja schon gesehen, wo ich bin, mit Technik befasst. Und ich hoffe, dass wir das mit der Zeit, dass ich das mit der Zeit auf die Reihe kriege. Denn ich finde, live ist schon auch schön. Ich habe ja früher nur Livestreams gemacht in der Wisdom Factory. Und jetzt bin ich zu Recordings übergegangen. Und wenn man das wieder machen könnte, live, das wäre... Gibt nochmal einen extra Kick, ne? Ansonsten ist alles richtig italienischer Sommer jetzt hier und ich friere endlich nicht mehr. Und das ist doch schon wunderbar. Jetzt gebe ich weiter vielleicht an die Begitta. Okay, hallo. Bei uns ist es auch schön warm. Ich sitze wieder in der Glasterrasse, weil das da so angenehm ist am Abend. Und ich glaube, ich muss noch das Fenster zu machen wegen des Verkehrs, der stört. Und grundsätzlich bin ich ganz zufrieden mit dem Leben und habe jetzt gerade wieder mich erinnert, was unser Thema ist und versuche jetzt im Hintergrund ein bisschen nachzudenken schnell, was mich zu dem gemacht hat, wie ich bin. Und darum gebe ich jetzt einstweilen ein bisschen weiter. Ich sitze in Salzburg, in Österreich. Wem gibt es das denn weiter? Ich gebe weiter. Ich gebe es weiter. der Ramona Becker, weil die kennen ihn noch nicht so gut. Die spricht aus Berlin. Hallihallo. Ein bisschen lauter. Wolltest du jetzt was sagen? Wir sprechen mal weiter. Ich glaube, Anna ist nur nicht stumm geschaltet und deswegen ist es auf sie übergesprochen. Ja, ich hatte heute ein, ich sitze in meiner Stadtwohnung mitten in Berlin zwischen Philharmonie und Konzerthaus. Ich habe hier so drei Pflanzen an meinem Fenster, die man so ein bisschen da, so ein paar Blätter sieht am Bildrand. Und ansonsten, genau, mein Auslaufgebiet ist der Berliner Tiergarten. Und heute habe ich mich mit Vereinsarbeit befasst. Ich bin Delegierte der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Und wir haben heute gefühlt den ganzen Tag über Zoom uns aus ganz Deutschland zusammengeschaltet und, naja, mal so ein paar Sachen besprochen. Und das ist dann, ja, es geht, aber es ist dann schon anstrengend und nervig. Und ich habe dann mal festgestellt, so bei so banalen Sachen fehlt die weibliche Perspektive. Also, wie man den Tag einteilt, das ist mir dann nochmal bewusst geworden, als ich da den ganzen Rechenschaftsberichten und Katastrophenberichten gelauscht habe. Weil ich wusste ja, heute Abend ist weiblich, also Frauenrunde. Und da ist mir das dann irgendwie aufgefallen. Und dann dachte ich, da guckt irgendwie keiner hin. Also, diese subtilen Sachen, wie wir uns an die männlichen Sachen angepasst haben, an der Pausenregelung allein, ja. Das ist also, ja, da stehe ich gerade. Ja, dann gebe ich weiter an, ja, die Anna wollte was sagen, dann darf sie jetzt auch. Hallo, Ramona, also ein Gruß von München nach Berlin und nach Italien und nach Wien und nach Nürnberg und nach, oh Gott, Marie Rose und nach Salzburg und Belgien, glaube ich, ist Marie Rose. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, einfach ein Gruß. Sonnenbrand habe ich, nachdem ich gestern zum ersten, eigentlich zum zweiten Mal Starnberger See beim Schwimmen war. Genau, ja, es sind schöne Sommertage und später ergibt sich mehr, würde ich sagen. Ich gebe weiter an die, ich gebe weiter an die Daniela. Ja, auch von mir einen wunderschönen Tag. Mein Tag hat heute Morgen begonnen, als ich so zum Lüften alle Türen aufgemacht habe, weil es gut warm ist hier und mich dann gleich ein Storch auf der Wiese hinter dem Haus angeschaut hat. Und ein zweiter klapperte dann auf dem Kirchendach. Wahrscheinlich gibt es schon junge Störche, die irgendwo langfliegen wollen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war so mein Tagesanfang, das fand ich sehr, sehr schön. Und ich habe heute einen schönen Tag gehabt, zum Teil hier innen am Arbeiten, zum Teil außen. Ja, freue mich, euch wiederzusehen und gebe weiter an Monja. Ja, ich bin in Wien. Wir hatten gerade ein fürchterliches Unwetter mit Hage. Der Tag war sehr heiß. Es ist so Kreislaufwetter. Also es ist kühl und heiß und tut man nicht wirklich gut. Und auch sonst, also die Situation in der Politik und auch in der Gesellschaft ist derzeit sehr angespannt. Und es versuchten sich die zu profilieren, die eigentlich nichts zu sagen haben. Und das ist sehr unangenehm und lästig. Und mein Mann ist ja einer, der immer alle Nachrichten hört. Und ja, also ich muss dann immer abbremsen. Ja. Ich bin gespannt auf eure Werdegene heute. Und ich gebe weiter an die Marie Rose. Ja, hallo. Ich bin aus Luxemburg, ja. Und ich saß jetzt den ganzen Nachmittag am Computer, weil ich, und am Überlegen war, ich nochmal auch in der Eifel zwei Salons anbiete und mir dafür nochmal alles angeschaut habe, was ich bisher an Salons gemacht habe. Und so dicke Ordner habe ich mit den ganzen Vorbereitungen. Und ja, ich habe ein bisschen gebraucht, aber jetzt bin ich sehr zufrieden dafür. Und ansonsten war es hier heute auch heiß, aber es hat ein ordentliches, aber gemütliches Gewitter gegeben mit Regen, ja. Und das ist auch schön. So weit von mir. Ich gebe dann weiter an die Anna. Die Anna war schon. Auch schon, ja. Dann sind wir alle durch, dann bist du Heidi dran. Dann mache ich mal die Überleitung. Wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind? Stationen. Also ich kann ganz kurz zu mir sagen, nach dem Abitur bin ich halt nach Berlin und dachte, ich müsste da studieren, was ich in der Schule so toll fand, weil der Lehrer halt toll war, aber ich nicht unbedingt super toll in dem Fach letztendlich war. Und das war Mathematik und Physik. Und dann habe ich ja über das Singen entdeckt. Und eigentlich habe ich schon immer gesungen, aber beruflich Sänger zu werden, das kam mir überhaupt nicht in die Tüte. So was macht man ja nicht, ist ja brotlose Kunst und überhaupt. Und dann habe ich dann eben da privat weitergemacht und im Bund von Chor gesungen. Irgendwann kam die große Entscheidung aus der Ehe rauszugehen und sich für das Singen zu entscheiden. Und dann bin ich eben in Italien gelandet. Und da würde ich sagen, da höre ich jetzt erst mal auf, denn da bin ich ja gerade noch immer. Und dann hat sich natürlich auch noch einige Entwicklungen anschließend gegeben. Und ich mag da erst mal an jemanden weitergeben, der an die, nicht der, die inspiriert ist, da was von sich zu sagen. Ich erzähle euch jetzt einstweilen kurz was. Das ist nicht aus dem Werdegang, aber das war gestern. Und dann habe ich meine Tochter besucht. In Oberösterreich bin ich weggefahren mit dem Fahrrad. Und da musste ich eine gute Stunde zu ihr hinradeln, weil ich kein Auto mit hatte. Und gestern war links ein Gewitter und rechts ein Gewitter. Und ich fuhr wirklich unter blauem Himmel bis zu ihr. Und als ich bei ihr im Haus ankam, fing der erste Tropfen an zu regnen. Und das war ein herrliches Gefühl. Und dann bin ich zurückgefahren. Wohl oder übel musste ich zurückfahren. Dann war links und rechts wunderschönes Wetter. Und über mir war die graue Wolke. Den ganzen Weg. Es hat immer geregnet. Gott sei Dank kein schlimmes Gewitter, weil dann hätte ich stehen bleiben müssen. Und so hatte ich beide so dieses Gefühl von bevorzugt sein, glücklich sein. Alles ist super, obwohl es rundherum schrecklich ist. Und dann genau das Umgekehrte. Allen anderen geht es besser. Und ich werde angeregnet. Und die Wolke folgt mir. Das ist aber jetzt aus der präsentischen Zeit. Und ich rede später weiter. Aber das war gerade an meinem... In meinem... Es war einfach so präsent. Und das habe ich euch jetzt erzählt. Marius, du bist entstummt. Heißt das, du wirst was sagen? Ja, ich stelle mir gerade die großen Fragen. Wie bin ich geworden, wer ich bin? Was habe ich mitgebracht? Wo bin ich hineingeboren worden? Weil das alles hat ja auch geprägt. Ja. Und was habe ich dann in meinem Leben so erlebt? Was ist mir alles zugefallen? Ja. Das sind erst mal die Fragen, die jetzt kommen. Woran orientiere ich mich, wenn ich davon rede, wie ich geworden bin, wer ich bin? Ja, das finde ich auch toll, dass wir das mit einbeziehen. Auch was ist wichtig? Und was hat wozu geführt? Ja. Was hat mich bestärkt? Was hat mich geschwächt? Genau. Was hat mich auf Umwege gebracht? Respektive, wo habe ich mich auf Umwege bringen lassen? Ja, und hatten wir ein Ziel zum Beispiel oder hatten wir keins? Das sind dann auch Fragen. Ja, vielleicht sollten wir auch das Äußerliche und das Innerliche trennen. Also der äußerliche Werdegang und der innerliche Werdegang. Das ist mir jetzt, ich habe mir jetzt so ein paar Notizen gemacht, also das ist mir so aufgefallen. Also ich habe zum Beispiel vorgestern Smaragd eine Hochzeit gefeiert, das heißt 55 Jahre verheiratet. Und wir kennen uns noch fünf Jahre länger. Und für mich war, also mitgebracht habe ich an Talenten, dass ich doch sprachliche Talente, aber es war also unmöglich, sagen wir mal Sprachphilosophie zu studieren. Ich musste also ein kurzes Studium und ein praktisches Studium. Das war also für meinen Vater, dass ich überhaupt eines machen durfte. Und so habe ich also Übersetzer gemacht an der Uni Wien. Und dann war es sehr nützlich, wie wir neun Jahre dann in den USA waren. Und dort hat eben dann für mich, da war man im diplomatischen Dienst. Und da hat dann die Umkehr in die Innerlichkeit begonnen, weil ich gemerkt habe, da fehlt was. Das war damals mit Kundalini-Yoga, weil das angeblich so schnell zur Erleuchtung führt. Damals hat man gedacht, noch Erleuchtung ist ein sehr gutes Ziel. Und wie wir dann zurückgekommen sind nach Österreich, war ich vor allem vom Buddhismus geprägt. Buddhismus für den Westen, psychosophischer Prozess. Und dann Gestaltarbeit, archetypisches Theater. Also eine wirkliche ganze Menge, die dann zum Glück durch den Wilber gebündelt wurde, durch seine Landkarte, dass ich mir ein bisschen eine Orientierung verschafft habe. Und dann wurde auch allmählich die Erleuchtung relativ irrelevant. Ja, das ist soweit einmal mein Einstieg in meinen Werdegang. Also ich kann einen kleinen, ist mir spontan vorhin eingefallen, Beitrag leisten, weil ich nämlich morgen Geburtstag habe. Und da ist dann ein bestimmtes Hexagramm halt aktiv. Und das hat eben sozusagen mit der inneren Entwicklung für mich viel zu tun. Und da ist nämlich das Thema, also was sozusagen als, wo beschrieben wird, welche Qualitäten bringe ich mit, das hast du ja schon angesprochen, Monja. Und ich merke, ich kann lachen drüber, aber eigentlich staune ich drüber, was ich noch nicht erreicht habe. Also da ist von Stillness, ich habe Hexagramm 52, das ist der Berg. Also das Stillhalten, das Nichtstun, also die Ruhe. Und es geht los mit Stress. Mit dem Stress kann ich mich wirklich, also das ist ein Teil meines Lebens, da wirklich ganz viel erlebt zu haben und bis hin mich wie ein Opfer zu fühlen, aber aus dem ich eben aussteigen möchte und auch werde. Aber eben diese Vision, ich möchte gerne, also du erleuchtet ich, diese Sehnsucht von Gefühlen, also nicht mehr so in die Reaktion zu kommen, mitgenommen zu werden, ist schon noch eine unerfüllte Sehnsucht, unerfülltes Potenzial. Gleichzeitig ist es eine Ausrichtung. Also für mich ist schon spannend, die Frage eben, wonach richte ich mich aus? Vielen Dank. Ich habe jetzt gerade so das Bild gehabt mit, wenn ich so von der Jugend an denke, dass sie eigentlich, das ist wie ein innerer Kern, so das, was mich als Kind irgendwo, meine Entwicklung und so weiter. Und da hat sie immer zusätzlich was angelagert und hat das auch wieder durchdrungen, was vorher schon da war und hat es verwandelt und ist einerseits weitergegangen und andererseits, und ich kann, ich sehe, es gibt viele äußere Entwicklungen, aber ich kann es fast nicht von den inneren Entwicklungen trennen, weil bei mir war die Kindheit, die war so sehr behütet und sehr katholisch und das hat mir einerseits, war ich da eingesperrt in dieser Wohnung, wo ich mich nicht rühren habe können, rundherum Menschen, mit denen man aber nichts zu tun hat und eigentlich wenig Platz. Und immer diese Sehnsucht nach Freiheit und nach Hinausgehen und Entwicklung. Und gleichzeitig hat man dieses, aber dieses Spirituelle, was positiv spirituell war in dem Katholischen, doch, also die spirituellen Fragen, die haben mich sehr angezogen und die ethischen Fragen. Und jetzt war das so Diskrepanz in der Kindheit, im Aufwachsen. Und dann kamen die Schritte hinaus in die USA. Das war, da habe ich die englische Sprache gelernt und neue Freunde bekommen und gleichzeitig meinen schon vorhandenen Minderwertigkeitskomplex noch ordentlich verstärkt, weil man war nie schön genug, man war nie gut genug. Irgendwie habe ich das auch dort mitbekommen. Also dort wurde es stark verstärkt. Das war in der Familie schon bei mir da, aber das hat es verstärkt. Dann der Weg ins Studium, aber dann vor allem eben über das Studium dann nach Israel. Da bin ich aufgewacht und lebendig geworden zur jüdischen Kultur, zu meiner eigenen Kultur und zu den verschiedenen Nationen und was sich da so alles tut auf der Welt. Und dann eigentlich wieder, das hat mich fast, auf Englisch sagt man, überwählend, überschüttet mit zu viel an Konflikt und an, und dann bin ich wieder so zurück nach Österreich und in diese Restaurierung von Wandmalerei, ganz still an der Wandmalerei in einer stillen Kirche, also wieder so, auch vom Äußeren her ins Innere, irgendwie ganz sehr interessante, immer so hin und her. Und dann, ja, Familie, Kinder natürlich, die haben das Ganze angereichert. Und woran ich mich aus... Ja, und dann, wenn man vom Lebensweg geht, dann nochmal dieser hebräische Unterricht. Und ein ganz wichtiger Schritt war wirklich die Zeit, wo die Kinder schon aus dem Haus waren und meine Mutter noch nicht krank, wo ich Zeit gehabt habe, wirklich mit integralen Seminaren und somit da bezüglich Wilber und auch ein bisschen mehr Anthroposophie kundig zu machen. Das war ein richtiger, intensiver Schritt noch einmal. Und die Ausrichtung, die mich zieht, ist einerseits, ich lebe irgendwie mit dem Code, Dinge für andere Menschen zu ermöglichen, in der Familie und da, da, da. Andererseits mit dem, Selbstverantwortung bei anderen Menschen zu stärken. Das habe ich geerbt von der Mutter, weil die immer alle bevormundet hat. Und ich wollte was anderes machen. Und das war also so, ich gehe in eine andere Richtung. Auch das ist eine Ausrichtung. Und eine andere Ausrichtung ist nur einfach auf eine ästhetisch, auf eine Zukunft, die ästhetische Qualitäten hat und ethische Qualitäten. Das ist so ausrichtungsmäßig. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Genau, ich glaube, wir hören dich noch nicht. Und da muss noch die Verbindung zu dem Audiosignal freigegeben werden irgendwie. Und vielleicht überbrücke ich die Zeit einfach. Ja, Brigitta, wie du gerade darüber gesprochen hast, was so in deinem Leben geprägt hat, da ist mir klar geworden, ich habe so, ich mag Licht und Schatten. Also wenn ich zurückschaue, dann war das irgendwie immer so. Also ich hatte so ganz starke Rückzugsphasen, wo ich sozusagen bei mir war, entweder sehr kreativ, also irgendwas Künstlerisches gemacht habe oder gelesen habe, aber manchmal auch einfach nur da gesessen habe. Für Außenstehende war das ungewöhnlich, wie ich noch klein war. Später wurde es normaler, es gehörte zur Daniela dazu. Und gleichzeitig habe ich mich total gerne mit Menschen umgeben. Und es gab sozusagen immer wieder neue Gruppen von Menschen, also so wie das ist in der Jugend oder dann im Studium, die mir dann auch immer wieder in diesen, wo einfach neue Welten da waren. Also ich merke sehr, dass da sowohl dieses Innen und auch dieses bei mir sein Innen war, auch Spiritualität irgendwie immer da, verschieden stark, aber das auch ganz stark mich sozusagen mein Außen geprägt hat. Und ich habe mir das manchmal aktiv gesucht. Also ich habe zum Beispiel Betriebswirtschaft studiert und gleichzeitig Chinesisch gelernt und habe dann im Studium, war ich dann nochmal, nachdem ich davor schon mal ein Vierteljahr in Rom war, bei katholischen Ordensschwestern, mitten in meinem Betriebswirtschaftsstudium bin ich gleich wieder abgetaucht neben den Vatikan. Also ich habe, das ist so eine ganz typische Szenerie. Wenn ich so zurückschaue, dann gab es immer ein Innen und ein Außen und ein Forschen und ein Wiederöffnen zu einer Wirksamkeit oder zu Menschen hin. Ja, so würde ich das mal beschreiben, dass es die Dinge sind, die mich prägen. Martini, wenn du magst, kannst du kurz ein Check-in machen. Wir haben das schon getan und sind jetzt schon dabei, zu erforschen oder mitzuteilen, was uns geprägt hat. Und da war eine Unterscheidung zwischen die innere Entwicklung und die äußere Entwicklung und ob man da so Kernmomente, im Leben feststellen kann. Aber du kannst erst mal kurz drüber nachdenken und wir machen erst mal die Runde weiter. Oder, ja, ist das okay? Gut. Also wenn du sprichst, Martini, dann musst du dich entstummen. Oder vielleicht kann ich das für dich machen. Ich habe es schon. Okay, gut. Kurz sage ich, ich habe die ganze Zeit geübt, um reinzukommen und ich habe mit meinem Laptop keine Verbindung, also bin ich jetzt am Handy. Und ich, um ein bisschen zu akklimatisieren, würde ich noch gerne ein bisschen warten, okay? Genau. Okay. Gut. Entschuldigung, dass ich so spät reinhube. Aber es ist mir trotzdem gelungen auf dem Handy. Ja, dann, wer mag, mach bitte weiter. Ich habe für mich festgestellt, dass mein Abitur eine ganz wichtige Phase in meinem Leben war und dass es nicht um Mathe, Physik und Chemie ging oder was man da noch so alles gelernt hat. Ich bin ja sogar Elektromechanikerin mit Abitur. Also ich habe dann noch Werkstoffkunde und E-Technik und sowas alles gehabt im wilden Wechsel. Sondern ich habe rückwirkend verstanden, es ging darum, zu lernen mit damals Jungs, heute sind das ja alles Männer, wie man damit umgeht. Weil ich hatte 23 Jungs. Mit 16, 17 sind das ja noch Jungs. Für mich alleine. Und das war eine harte Schule. Und ja, heute weiß ich, es ging darum. Ich bin ja auch in der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Und ich merke einfach, dass ich, also heute weiß ich einfach, diese drei Jahre waren Gold wert. Ja, wie ich umgehe, mache und dass ich manche Sachen einfach an mir abprallen lassen kann. Das Abitur war jetzt nicht sonderlich gut. Aber ich glaube, es brauchte es auch nicht, weil darum ging es halt auch einfach nicht. Ja, also das hat mich geprägt. Und der zweite prägende Punkt, als ich dann ins Innere gegangen bin, war vor zwölf Jahren, als mein Opa starb. Das war dann für mich der Punkt, ins Innere zu gehen und das überhaupt bewusst zu machen. Man macht das ja, glaube ich, ein Stück weit unbewusst an manchen Stellen. Aber da bin ich dann bewusst in einige Themengebiete dann einfach reingegangen. Und habe dann auch verstanden mit dem Ikebana, dass das eigentlich nicht nur das Äußere die Kunst ist, sondern eben auch der innere Weg ist. Und das wahrscheinlich wie beim Yoga. 95 Prozent der Community oder mehr, das nur als Kunst macht, hübsche Blumen, und sagt, sie sind auf dem Blumenweg, sind es aber innerlich letztendlich gar nicht. Und so empfinde ich Yoga-Studios auch. Ich empfinde 95 Prozent der Yoga-Studios als Sportstudios und die wenigsten wirklich als Wege, um jetzt das mal so zu sagen. Das vielleicht erst mal so als kurzer Einstieg. Ich glaube, in dieser ersten Runde ist noch Marie-Ros und Martini, nicht? Du bist jetzt nicht, du musst dich ins Sturm. Wenn das so genau geht, ist okay. Ja. Du musst nichts sagen, ne? Ja, ja. Das weißt du, ja, ja. Ja, ja, ja. Es ist halt so, es sind so ganz viele Einzelpunkte im Moment, die so im Kopf schwirren. Und die Frage ist, was ist wirklich die Essenz von dem, was, damit beschäftige ich mich gerade innen drin, was ist wirklich die Essenz von dem? Und die ändert sich auch dann dauernd. Da hätte ich vor einem Jahr noch was ganz anderes gesagt, als vielleicht jetzt. Und ich spüre gerade auch, das bedürft mich, mich jetzt nicht zu fixieren, mich jetzt nicht wieder zu fixieren, sondern, ja, in dieser großen Bewegung drin zu bleiben, erst einmal. Das finde ich sehr schön, Marie-Rose. Und was eigentlich ja auch ein Anliegen ist, wenn wir das so was öffentlich machen, ist, dass Menschen, so wie du das gerade geschildert hast, möglicherweise zum sich selber Gedanken machen oder selber hineingehen in dieses Thema veranlasst werden oder inspiriert werden. Und das heißt nicht, dass man unbedingt alles öffentlich sagen muss, sondern dass man einfach selber in diesen Prozess gehen kann. Okay. Martini, bist du soweit? Ein bisschen check-in oder so? Aber du musst dich entstummen. Oder soll ich es für dich machen? Mach ich mal, ne? Ja, da musst du schauen. Passt, okay. Ich habe eigentlich noch sehr wenig gehört, wie ihr angefangen habt. Das Thema war, wie werde ich, wie bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt bin. Stimmt's? Ja. Und also den spirituellen Weg bin ich schon sehr, sehr lange gegangen, sehr intensiv. Und jetzt kann ich sagen, bevor ich war, da war ich Gott in Gott. Drum kann ich es wieder sehen, wenn ich nur mir bin tot. und das ist, was ich sehr intensiv übe in meiner Arbeit, in allem, natürlich auch in der Meditation. Und das ist vielleicht eine Einleitung, ein großes Geheimnis für alle. Ich habe gehört, ihr seid schon lange auf dem inneren Weg. Und ja, ich glaube, ich kann noch nicht so mich hineinfühlen in die Gesprächsrunde. Also ich würde sagen, ich warte ein bisschen. Ich würde dich, Martini, wenn du wieder sprichst, würde ich dich bitten, laut zu sprechen. Ich glaube, das liegt an dem Handy, dass es sehr leise ist, wenn du sprichst. wenn ich sprichst bin, dann rede ich lauter. Okay? Ist das besser? Wie wird die zweite Runde? Mich hat vor allem Ramona angesprochen, weil sie von einem völlig 180 Grad anderen Zugang zu ihrem Leben gekommen ist. Für mich, ich war in einer Mädchenschule, ich war ein Einzelkind und Männer waren völlig das unbekannte Wesen. Also ich habe großes Glück gehabt, meinen Mann zu finden, der mir eher zugefallen ist, aber so wie du, dass du das in drei Jahren schon wirklich ... Das hätte ich mir gewünscht, dass ich das auch geschafft hätte. Nein? Nicht? Findest du es nicht gut? Nein? Ich sage mal so, die ersten Wochen bin ich heulend nach Hause, weil keiner wollte mit mir reden, weil es hätte ja sein können, dass die anderen denken, der Junge, der mit mir redet, will was von mir. Ich war völlig allein. Völlig. Und wenn die geredet haben, dann über Autos, Waffen, Motorräder, dann stand ich da und dachte so, hä? Ich könnte nur heulen. Das habe ich dann zu Hause getan. Also ab Weihnachten, nach Weihnachten ging es dann. Aber die ersten Wochen waren, ich glaube, die will keiner geschenkt haben. Das erinnert mich an meine zweite Tochter, die auch, die waren zwei Mädchen in einer Bubenklasse und die ganze Schule war noch nicht darauf eingestellt, wie man das handhabt. und sie war sehr sexy auch und sie kam auch immer heulend nach Hause. Und ich habe mir gedacht, das muss schon gehen. Ich weiß, dass ich, sobald ich nach innen gegangen bin, alles eine sehr große, einfacher wurde. Es wurde einfacher und zugleich aber auch unendlich, ein unendlicher Weg. Es ist nie zu Ende, erst bis zum letzten Atemzug, stelle ich mir vor, weil ich ständig dazulerne noch. Aber dass ich mir also Kenntnisse über männliches Sein, männliches Denken, den männlichen Zugang, kann man heute schon erwähnen, zu den Dingen, also das hat mich schon sehr fasziniert. Nicht manipulativ zu sein, das war sehr schwierig und sich auch nicht zu manipulieren lassen, das war ähnlich schwierig auch. Okay, das ist mir jetzt nur so eingefallen, wie ich dir zugehört habe, Ramona, weil ich mir gedacht habe, ich kann nicht mehr was sagen, Entschuldigung, machen es. Mach du, Birgitta. Ich wollte nur die Monia fragen, du hast gesagt, als du nach innen gegangen bist, ist alles einfacher geworden, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Ja, ich bin ja über den Buddhismus vor allem nach innen gegangen und psychosophischer Prozess, dass du also deine Gedanken als Gedanken erkennst, aber dich nicht damit identifizierst und deine Gefühle als deine Gefühle, aber nicht, dass du mehr bist als das alles und das war so ein Zugang, der vieles erleichtert hat und die Tatsache, dass ich also eben mit 30 kosmische Bewusstsein hatte, plötzlich ganz unerwartet in einem alltäglichen, nicht ganz alltäglichen, aber doch nicht irgendwie besonders heiligen Umstand, das hat mich auch sehr geprägt, weil ich von diesem Moment an, also diese Erfahrung, diesen Blick auf die Erde zurück, den habe ich nie vergessen und ich konnte damit nicht viel anfangen und da habe ich dann mit Vergleichen Religion Studium begonnen, um irgendwelche Unterlagen zu finden, was mir da passiert ist und das war auch sehr wesentlich, also ich hatte nie einen Lehrer in dem Sinn, dass ich jemandem blit gefolgt bin, aber ich habe mich wirklich mit jedem Buch, das ich die Sufis und immer noch, also ich bin, ich hole jetzt meine Bücher vom Regal von vor 20 Jahren und beginne sie wieder ganz anders zu lesen und es ist ungemein spannend, sie wieder auseinander zu setzen. Auch der Almas, der ist mir jetzt wieder untergekommen und der Weinreep, wirklich faszinierend. Martini, von dir kommen Geräusche, möchtest du auch was sagen? Ne, okay. Ich wollte dazu auch was dazu steuern, von der Prägung des Männlichen. Ich denke, der Zugang, den wir haben zum anderen Geschlecht hängt schon davon ab, zumindest teilweise, wie wir das erfahren in der Jugend oder in der Kindheit. Ich hatte zwei ältere Brüder und hatte immer das Gefühl, ich bin weniger und ich muss mich dagegen durchsetzen und ich werde aber ständig so niedergemacht. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, ich werde belacht, belächelt, nicht ernst genommen dann schon prägend. Ich hatte dann eine kleinere Schwester und die hat mir später gesagt, ich hätte es dann mit ihr genauso gemacht, was wahrscheinlich unreif Art des Tuns in der Welt ist. Und dann mein kleinster Bruder, das war dann anders, der war der Süße und mit dem haben wir alle praktisch eine Beziehung gehabt, alle größeren Geschwister und der hat mich auch ein bisschen mit dem männlichen versöhnt, aber ich wollte unbedingt wissen, was Mann ist und ich habe mit 19 geheiratet und vorher Sachen gemacht, also geheim mich mit ihm getroffen und dann oh Gott miteinander schlafen und dass da kein Kind kriegen, oh Gott, wie ist denn das und so und da muss der irgendwie eine Pille kriegen und wie gemacht man das und das mit 17 ja das war also schon auch sehr in einer Umgebung wo das nicht sehr akzeptiert wird wo man ja eigentlich blau und ordentlich moralisch sich zurückhalten muss bis man verheiratet ist und so letztendlich war das dann auch der Grund warum ich mit 19 geheiratet habe um es meinen Eltern recht zu machen dass es also eine Legitimität gibt dass ich mit diesem Mann zusammen in Berlin zu meinem Studium anzufangen also es ist schon irre wie die gängige Moral und die Familienzusammensetzung oder die Zusammensetzung wie ihr in der Schule genannt hat Einfluss hat denn ich habe lange Zeit meines Lebens gegen Männer gekämpft und wollte ein guter Mann sein selber alles selber können ja und alles machen gut sein ganz gut sein ja fast eine gute Überleitung ich komme aus einem sehr katholischen Elternhaus und zum Beispiel ich bin mit 23 geheiratet und mein Vater also auch ein Zugeständnis an die Eltern weil ich in einer WG gelebt habe in München und als wir die Hochzeitsanzeige gemacht haben war drauf gestanden das was heute gängig ist traut haben wir uns und traut haben wir uns bayerisch sozusagen der Ausdruck und das war damals was wirklich Neues wirklich in Opposition gegen das familiäre und ich bin eigentlich in der Pubertät aufgewacht also mit Hermann Hesse das war auch in der Zeit waren die Abitur Themen Hermann Hesse und ich habe das Glasperlenspiel also es war wirklich mein Aufwachen mich befreien auch aus diesem Katholizismus sozusagen eine erste Treppe aber danach ist es wirklich mühsam gewesen durch die Beziehungen mit den Männern mit denen ich zusammen war das habe ich letztes Mal schon erzählt die waren alle Atheisten ganz klare und erst mit 50 also ich wusste vorher schon da steht noch was an ich habe in den 90er Jahren Ken Wilber gelesen und erst eigentlich in den ab 2000 so was wie einen spirituellen Weg begonnen also es war eine Mischung aus spiritueller Weg und Heilungs Weg und der hört ja tatsächlich nicht auf aber ich habe wirklich und was ich noch verstanden habe ist eben so allmählich ich habe da immer wieder gehofft dass ich mich befreie also im Sinne von dann bin ich die irdischen sorgen los also dieses Missverständnis Erleuchtung oder Zen Buddhism alles was ich lesen habe war immer mit dem hinter mit dem unterschwelligen Probleme los und das habe ich inzwischen verstanden es geht um tatsächlich ums akzeptieren ja dessen was ist und gucken was kann noch werden im Rahmen dessen was ich mitbringe also das gehört ja auch mit zum befrieden dazu dass ich erkenne was geht und was geht nicht also alles kann ich nicht werden aber im Rahmen dessen was ich vielleicht mitbringe und was wir noch nicht angesprochen haben ist weil wir prägung angesprochen haben also die ganzen epigenetischen sachen was man heute weiß im vergleich zu dem was vor 30 jahren absolut unbekannt war dieses dass wir verlernen können dass wir wirklich uns von mustern freimachen können mühsam aber eben es ist möglich verlernen ja mit dem von euch gesagt dann habe ich mich gerade auch noch mal so auf die reise in meine vergangenheit begeben und dann ist mir also da ist ein teil des verlernens des aktiven verlernens in der nicht so lange zurückliegenden vergangenheit dass ich dieses aktive arbeiten zum beispiel in der aufstellungsarbeit oder so da weiß ich habe ich wirklich themen verändert und auch prägungen angeschaut mir bewusst gemacht vielleicht auch zum teil ergänzt oder ersetzt und ich habe auch so eine männerwelt in der ich war und zwar im business also ich habe eine karriere gemacht und dann waren da nur noch männer auf meinen hierarchiestufen also wirklich fast fast nur männer in der industrie sowieso also das kann ich beischern und es haben mich aber auch sehr starke frauen geprägt also ich habe sehr in der familie sehr starke frauen meine beiden großmütter waren für mich und sind immer noch sehr starke frauen natürlich auch mit ihren eigenen themen ich hatte wirklich schöne modelle auch modelle von selbstständigkeit ob in beziehung oder nicht von der Möglichkeit einen guten beruf auszuüben der einen erfüllt von einem streben nach wissen oder auch ein sein in der natur oder künstlerisch also ich hatte da so zwei ich hatte so die mathematische oma die eher so in richtung betriebswirtschaft ging von der habe ich was bekommen und die andere großmutter die war schneiderin und so eine ganz praktische bodenständige frau und ich merke das waren auch für mich zwei wesentliche modelle ergänzend zu meiner mutter also ich bin da sehr dankbar dafür gleichzeitig habe ich auch ein paar dinge wieder ablegen dürfen so auf dem weg ich finde das faszinierend dass du das von den großmüttern sagst weil auch ich hatte zwei die beide aus dem waldviertel kamen also eher so mystische gegend und die haben mich sehr geprägt und auch mein Interesse an Innerlichkeit ist letztlich durch sie entstanden und ich frage mich jetzt was ich eigentlich als Großmutter jetzt meinen Enkeln weitergebe habe ich mich bisher noch nicht gefragt aber sie schätzen meinen Mann und mich alle sehr und sind gern bei uns also irgendwas gebe ich ihnen auch weiter obwohl ich ihnen nichts erzähle von Ken Wilber und auch nichts erzähle von Buddhismus aber ich glaube schon dass das Wesen einer Großmutter wirkt auf die Enkel und 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 ja ich bin sehr froh Großmutter zu sein muss ich schon sagen sehr dankbar also ich habe ja noch nicht weiter erzählt aber für mich war eines also eigentlich der am meisten prägende punkt im intellektuellen leben ich hatte ja zwischendurch versucht das alles abzulegen Studium mentale Tätigkeiten ja das war mir da alles zu viel und ich habe dann mich praktisch in so eine wie sagt man denn viele viele Sachen gemacht die eigentlich wirklich sehr irrational und auch dumm sind ja weil einfach weil ich das abgelehnt habe dieses diese prägung auf das mentale was ich von meiner familie als forderung praktisch mitbekommen habe das singen war das eine der eine aus weich moment den ich hatte aber auch ich habe generell in meinem leben ziemlich viel unsinn gemacht der aber letztendlich wirklich keine negativen Konsequenzen hat außer viel sagen wir mal leiden oder so was und dann kamen die bücher von kenwell bach und habe ich gedacht oh und dann fing alles an sich irgendwie zu ordnen und Sinn zu machen und ab da das war wirklich ein riesiger wendepunkt in meinem leben würde ich sagen das verstehen wie das dazu kommt dass ich in dieser Welt bin und die so und so wahrnehmen oder so und so die auf mich zukommt und das ist was vorher alles so unverständlich war bekam plötzlich wurde plötzlich verstehens verstehbar und ja dann die ganze Begegnung mit Natur und sehr 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 viele Momente die mich geprägt haben und dann der nächste Moment das habe ich glaube ich ein paar mit den Vorlesungen von Jordan Peterson und was mich eben wieder versöhnt hat mit Religion beziehungsweise mit Christentum ich habe vorher immer schon gesagt Christentum ist unsere Kultur in der wir aufgewachsen sind die man überall um uns herum sieht und hier in Italien erst mal noch mehr und ich war immer in diesem Widerstand von Religion ist ja fürchterlich und durch Jordan Peterson habe ich wieder erkannt was eigentlich das Christentum auch für Leistungen gebracht hat und nicht nur das Negative gesehen und das ist eine zweite Befreiung gewesen und dann was auf Männergebiet ist meine Beziehung mit Mark war auch wieder eine Befreiung da habe ich endlich das Gefühl gehabt ich kann das Leben eines Mannes jetzt besser verstehen es ist nicht nur diese dominanten Leute und so die es auf uns abgesehen haben sondern ich konnte die Nöte von Männern in dieser Welt auch erkennen und sie als Menschen sehen und nicht nur als Männer und das war ganz ganz wichtig auch in meinem Leben und ja ja und das innere Weg spirituelle Weg den habe ich sag mal mal mit 40 oder Anfang 40 erst angefangen vorher war ich wirklich zu sehr in einem Wirrwarr von allem möglichen wo ich das Gefühl habe ich wäre von einer Ecke in die andere geschubst und kurz drauf kam dann eben Ken Wilber und ja das hat es sehr vertieft und eine Richtung gegeben ich würde sagen das ist eigentlich die wesentlichen Punkte wie ich zu dem geworden bin was ich jetzt bin und ich freue mich dass ich jetzt so bin wie ich bin das ist klasse konnte ich früher nicht sagen hast du fertig gesprochen mir ist jetzt eine Verbindung eingefallen die ist jetzt nicht ganz naheliegend aber es passt doch irgendwie rein und ist ein wichtiger Schritt in meinem Entwicklungsweg weil ihr habt in verschiedenen Weisen von den Männern gesprochen und von den wie man da als Frau dazusteht und so weiter und dann eben von der Sinngebung da ist mir ähnlich gegangen wie dir Adelheit dass der Ken Wilber viel angeregt hat oder auch der Jordan Peterson den du damals in Polen hast der hat viel versöhnt zum Teil was aber auch das Hebräische für mich schon gemacht hat aber was ich jetzt vor kurzem erst wo meine Befreiung stattgefunden hat auf spirituellen Ebene das war ganz interessant weil ich bin ja aufgewachsen mit diesem katholischen Gott und dann ist der jüdische Gott dazugekommen der ja so eigentlich dem katholischen Gott vorangegangen ist und sehr männliche Wesen waren das immer und dann andererseits diese weiblichen Theologinnen die immer irgendwie von der Lilith und von diesen weiblichen Gestalten da ganz stark gesprochen haben in der Bibel und andererseits wieder diese Strömung der weiblichen Gottheiten der dämonischen Gottheiten der verschlingenden Gottheiten und der aber auch so Gottheiten der Fülle und alles und dann habe ich vor kurzem die Nebel von Avalon gelesen und das war voll witzig weil das hat ja auch irgendwie ich finde das irgendwie gut geschrieben obwohl es ist echt juicy also so richtig saftige Romanliteratur aber trotzdem und das hat mir als erstes ermöglicht dass ich wenn man jetzt ein göttliches Wesen und ich habe irgendwie das Gefühl ich möchte gerne einen Bezug haben zu einem göttlichen Wesen und ich habe das dann als die ewige betitelt und dann war das so eine Erleichterung weil die ewige eigentlich neu ist und ihre Geschichte noch gar nicht geschrieben ist ich kann ganz gut die Geschichte des Christentums akzeptieren mit den ganzen männlichen Sachen ich kann gut akzeptieren auch die weiblichen Gottheiten die sind aber wieder anders wie das was ihr unter der ewigen versteht und die ewige die verbindet für mich viel von was weiß ich Maria und Christus und buddhistischer Lehre und vor allem ihre Geschichte ist noch nicht geschrieben und das finde ich voll einen schönen Zugang zu ich sage nicht dass man so ein Wesen haben sollte aber für mich war es ein Anliegen so ein Wesen als du zu erleben als inneres du und das war so eine innere Befreiung das wollte ich jetzt irgendwie mal andeutungsweise zumindest erzählen und jetzt sage ich noch kurz was diese Sinngebungsdimension Adelheit wo du gesagt hast der Ken Wilber hat dir da so viel gegeben und das war für mich auch so wo ich dann über die Shelly Sachs stark dazukommen bin dass die Sinngebung eigentlich jeder und jede für sich macht mit der Hilfe von all den anderen Menschen also sobald ich einen Sinn nur von wem anderen übernimmt ist es nur ein halber Sinn aber irgendwie die Sinngebung selber in die Hand zu nehmen ist eigentlich ein großer wichtiger Schritt in der spirituellen Entwicklung denke ich und wie mir das klar geworden ist das war eine große Erleichterung ich habe das Gefühl man könnte da jetzt jetzt noch lange drüber nachdenken und käme immer Neues raus wir sind aber praktisch schon am Ende der Stunde jetzt geht es darum wollen wir noch weitersprechen und auch die Menschen die noch nicht so viel gesagt haben habt ihr das Bedürfnis was zu sagen oder nicht das ist ja auch okay jedenfalls wie wollen wir weitergehen einfach nur ein Checkout machen und es in uns weiter wirken lassen was jetzt so aufgetaucht ist denn zweifelsohne denke ich haben wir alle Anregungen bekommen durch das was wir gehört haben oder auch selber gesagt haben da bitte ich euch jetzt so ein bisschen wie soll ich sagen abstimmen ist vielleicht nicht die richtige Form aber euch zu äußern wie er es gerne hand haben würdet weiterreden hand hoch oder wie sagt man mal weiterreden oder oder Checkout machen wir so was möchtet er ich weiß es nicht machen wir so die Frage ist zu schwierig oh Gott Entscheidung treffen ich merke gerade das war ich ich Lust zum weiterreden habe aber ich merke es ist so viel sodass ich es eher ich finde es einfach wert das Thema an einem anderen Termin fortzusetzen weil ich merke wie in mir immer mehr jetzt entsteht ich weiß nicht wie es den anderen geht auch Wege zu verfolgen die ich noch nicht verfolgt habe das ist schon fast ein Checkout aber so von daher weiß ich nicht wenn wir jetzt eine gleiche Thema wenn die anderen Themen noch nicht gesetzt ich schließe mich an ja und vielleicht auch so viel jetzt hoch genau das ist vielleicht auch eine Anregung darüber jetzt zu Journaling was zu schreiben was hoch kommt damit wir das das nächste Mal noch wissen sonst ist es in vier Wochen oder so ist es wieder alles fort ja okay dann mach mal Checkout und Daniela wenn das schon als Checkout galt dann okay dann wen magst du denn weitergeben ich gebe weiter an Monja ja ich habe gehofft dass du nicht an mich weiter gibst ich grüble auch noch also ich bin ja ich bin sehr grübelnd und finde es aber sehr anregend und werde dabei bleiben und schauen also vor allem auch Marie Rose hat mich sehr angesprochen obwohl sie kaum gesprochen hat und ja ja ich schreibe ja jeden Tag also wird es nicht viel Unterschied machen wenn ich das auch schreibe ja ich danke euch allen ich gebe weiter an die Ramona ja ich fand den Abend sehr interessant ich habe so über mein Leben über diese Punkte noch nicht so nachgedacht auch wann der Wechsel zum Inneren dann war ich finde die Idee gut das nochmal einen anderen Termin aufzugreifen und ich glaube ich habe da genug zu tun die nächsten Wochen das ist glaube ich ja ein guter Impuls gewesen ich danke euch wenn weitergehen klappt es nicht ihr müsst von selber weiter reden dann gebe ich an die Mary Roos weiter ich bin ja ich bin gespannt was mir was mir noch dazu einfällt oder ob es ein wichtiges Thema ist für mich gerade bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher aber es führt dazu dass ich so irgendwo dass ich so irgendwo ja in einem ganz großen Raum bin ich gebe weiter an dich Anna jetzt danke ich finde es auch spannend ich stimme zu und ich hoffe eben auch dass wir gut anschließen können mich beschäftigt gerade die frage dieses nicht nur wer hat mich also mit dieser sozusagen auf meinem weg wie soll man sagen geführt begleitet oder wer hat die wendepunkte so wie ausgelöst wie jetzt Ken Wilber und wer hat mich diese unterscheidung zwischen nur angelesen und tief berührt das finde ich eine spannende frage also weil ich weiß einfach ich bin geneigt dazu wow begeistert zu sein und dann zu merken ist er doch nicht wirklich meins also das ist ja auch ein annäherungs prozess okay ich freue mich auf die nächsten auf das nächste gespräch danke ich gebe weiter an die daniela na haben wir schon also martini habe ich vorher nicht gesprochen hat das nicht geklappt dass ich gesprochen habe jetzt hört man dich aber jetzt hast du dich wieder stumm gestellt jetzt kannst du reden es ist ein unbehagen bei mir weil ich so spät hineingehoben bin und ich habe mich sehr gefreut diesen Impuls zu bekommen und habe auch einiges darüber geschrieben und hätte auch einiges bringen wollen aber ich habe das nicht passend gefunden also es tut mir leid dass ich euch irgendwie ja dass ich so als ein Fremdkörper hineingehoben bin und habe den Mund nicht getraut aufzumachen und hoffentlich passiert das das nächste Mal ok wer ist noch übrig Birgitta ich glaube ich habe schon sehr viel gesprochen ich mache jetzt kein großes check out was mich noch interessiert hätte als ich nach meinem nachdem ich gesprochen habe hat die martini so lieb gelacht dass ich mir gedacht habe eigentlich spricht sie jetzt und sie hat aber nichts gesagt und was sie gesagt hätte das hätte ich gern gehört ja vielleicht weißt das noch martini war das am anfang das war ziemlich am schluss ziemlich am schluss ich war sehr dankbar für den impuls ich glaube das habt ihr verstanden oder ja 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 sie ist die wolltest du noch was sagen du redest ich rede jetzt die ganze zeit und keiner hat mich gehört das passiert mir auch noch so ist die technische ich muss doch so gut sein und das war ich jetzt nicht heils gott ja ich habe ich eine ganze lobtirage losgelassen von dankbarkeit und allen möglichen dass ich mich freue dass ihr alle da war und dass wir das thema ergründen und das ist ja wirklich ja es regt zum nachdenken an und auch ich wollte zu martini sagen dass ich hoffe dass du dich traust was zu sagen es ist halt heute so ein bisschen unglücklich gelaufen weil du diese schwierigkeiten hattest aber es war doch toll dass du da warst und ich freue mich darüber dass du da warst und deine präsenz wirkt ja auch müssen ja nicht immer wörter sein ja und ich freue mich aufs nächste mal und ich wünsche euch einen wunderschönen sommer und wir sehen uns irgendwann wahrscheinlich Ende juli wieder hoffentlich und wir werden das noch abstimmen und ja bis dahin Daniela hast du zwei Minuten noch für mich 24. Juli wir sind in der Aufzeichnung Ramona ja ich mache gerade mal das Recording aus ich habe schon das Facebook ge 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 ge